Hier seht ihr unsere Balkonkabine auf Holland Amerika, auf der Osterlamme, hier super schön groß, super tolle Badewanne, sind schöne große Bäder, einfach ein Traum. Fernseher ist es halt alles auf Englisch, das ist der einzigste Nachteil. Matthias, wie gefällt es dir? Mir gefällt es super gut, es ist traumhaft schön, aber auch die Kabinen sind richtig, richtig großen, auch die Balkons. Da kann man sich sogar richtig schön drauflegen, ein Ding. Wir sind jetzt hier in Barcelona, im Güterbahnhof liegen wir. Ich wünsche euch viel Spaß mit meinen Videos, einfach auf Gefällt mir drücken oder liken, dann kriegt ihr jede Menge noch, dann werdet ihr noch mehr sehen. Wir machen eine sechstägige Tour und wünschen euch viel Spaß bei unseren Bildern. Liebe Grüße, euer Robert und Matthias.